ja also ich würde sagen wir gehen jetzt mal zum platz aber wir haben eigentlich richtig viel zeit weil es ist 50 erst dass wir einfach heute ganz ganz komisch dass wir so viele leute wettbewerbsgruppen werden erstellt das wird in die gleiche gruppe kommen du bist 2 ja logisch weil eins ist schon fertig das heißt du bist zwei schlau hier ja okay alle können es auf den ersten platz schiffen aus wenigstens das nicht die zehnte oder neunte werden damit ich hätte auch mal ich bin nicht auf platz 9 das habe ich falsch gemacht auf platz 3 geht doch leute geht doch das wird ja alles so gut man ich bin so schlecht ich bin engelskrieg wach jetzt geht es wieder ich bin so schnell oh mann Karotte immer diese Kraftausdrücke nein mein Herz klopft immer bis ein ganz nach oben bis auf Anschlag bis zum geht nicht mehr mann oh mein Gott bist du ja ja nein nein oh mein Gott das war cool das ist voll cool ja ich hab's geschafft mein Gott wenn ich dieses Pferd schon lange nicht mehr geritten bin dann ist es so anders ne nein Nein! Nein, 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 nein! Bagger, lass mich in Ruhe. Mein Gott, wie wusstest du denn? Carotte, bei der Motivationsrede. Ja, komm, Schatz. Los, 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 los. Achte, achte, achte. Ja! Juhu. Karotte, bist du schon im Ziel? Weiter. Weiter. Wo bist du? Da bist du! Ne, das bist doch nicht du. Hä, wo bist du denn? Das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit unserem Video. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!